Maite Kelly offenbarte kürzlich, dass sie kein enges Verhältnis zu Neffe Gabriel hat. Dafür bekommt er jetzt Unterstützung von Tante Patricia. Gabriel Kelly, 22, gilt als klarer Favorit bei Let's Dance. Von Woche zu Woche verzaubert er die Zuschauer und die Jury. Doch öffentlichen Support von seiner berühmten Tante Maite, 44, gab es bisher nicht. Die beiden hätten in den letzten Jahren kaum Kontakt gehabt. Grund dafür sei das abgekapselte Leben von Angelo Kelly, 42, und seiner Familie. Er war wirklich im Nirgendwo ohne Handy. Ich glaube, ich habe zehn verschiedene Nummern von ihm, die alle nicht funktionieren. Deshalb hatte ich leider nicht viel Kontakt zu Gabriel, außer auf Hochzeiten oder Beerdigungen, erzählte Maite im Podcast Let's Talk About Dance. Doch jetzt bekommt Gabriel unerwartete Unterstützung von einer anderen Tante. Patricia Kelly feuert Neffe Gabriel an. Auf Instagram veröffentlicht Patricia jetzt ein Video mit ihrem Neffen, hier ist der Rockstar. Wir sind so stolz auf dich, jubelt sie in dem kurzen Clip. Ruft an für Gabriel. Er wird gewinnen. Noch zwei Wochen. Jede Stimme zählt. Dann umarmt sie ihren Gabriel. Die Fans sind begeistert, dass Patricia im Gegensatz zu vielen anderen Familienmitgliedern öffentlich ihren Neffen unterstützt. Endlich mal Support aus der First Generation. Weder Maite, Joey oder sogar seine Eltern. Schade. Dabei reißt der Junge sich echt den Hintern auf und ist so gut, talentiert, nett und sympathisch. Einfach klasse. Du wirst gewinnen, Gabriel und bleib wie du bist, findet ein Follower. Ein anderer kommentiert. So schön und toll zu sehen, wie stolz sie auf ihren Neffen ist. Drücke Gabriel ganz fest die Daumen. Mit so viel Support kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Die Chancen stehen auf jeden Fall gut. Die Chancen stehen auf jeden Fall gut.